Ich saß ja damals in der Jury, als sie in dieser Sendung war. Also nur um das nochmal, um sich nochmal daran zu warten. Ja, Steff hat dich erschaffen, dann zeig doch mal ein bisschen Respekt. Steffa, die hat dich erschaffen! Ich finde, den großen Vorteil, den du schon von Anfang an und der ganzen Sendung gegenüber den anderen Kandidaten hattest, war, dass du immer das gesungen hast, was der Text auch sagt. Also, dass du das auch immer so, du hast die Geschichte erzählt und das hat mir bei vielen anderen immer so gefehlt und ich dachte immer so, Mensch, ihr konzentriert euch viel zu sehr auf das, was ihr singt und Technik und so kramt. Du bist 18, du gehst hier raus, als wäre das überhaupt gar nichts, ja? Weil es sieht bei dir unglaublich einfach aus und du hast Spaß und du brauchst Spaß zuzugucken. Echt? Ich hab dich erschaffen!